Herzlich Willkommen beim Filmteam Eventomax. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. In diesem Video werden wir Ihnen erklären, wie Ihr Imagefilm in wenigen Schritten entsteht. Die Vorproduktion Als allererstes werden wir uns mit Ihnen in Kontakt setzen, um uns natürlich vorzustellen, Sie zu begrüßen und einen Scouting-Termin mit Ihnen zu vereinbaren. Beim telefonischen Scouting finden wir gemeinsam heraus, wie Sie sich Ihren Imagefilm vorstellen. Aus diesem Gespräch entwickeln wir ein Skript und schicken es per E-Mail zu. Nachdem Sie das Skript freigegeben haben, werden wir mit Ihnen einen Drehtermin vereinbaren. Und so kommen wir zum nächsten Schritt. Die Produktion Am Drehtag Klappe und Action An diesem Tag werden wir uns persönlich kennenlernen und das von Ihnen abgenommene Skript umsetzen. Professionelles Equipment und ein geschultes Auge sind Voraussetzungen, um die besten Eindrücke, Perspektiven, Details und Emotionen von Ihrem Unternehmen festzuhalten. Und so kommen wir zum dritten und letzten Schritt. Die Postproduktion Heißt, alle Arbeitsschritte, die nach dem Drehtag folgen. Nach der Sicherung und Auswertung des gedrehten Rohmaterials wird die erste Vorabversion geschnitten und mit passender Musik unterlegt. Diese wird nur Ihnen zur Sichtung per Link zugesandt. Und wenn Sie keine Änderungswünsche haben, können wir zum finalen Schnitt übergehen. Optional besteht die Möglichkeit, einen Text für Ihren Imagefilm zu verfassen. Zur Erstellung müssen von Ihnen Quellen und Stichpunkte geliefert werden, denn Sie kennen Ihr Unternehmen am besten. Nachdem Sie den fertigen Text abgenommen haben, wird dieser von einem unserer professionellen Sprecher im Tonstudio eingesprochen und als weitere Vorabversion zu Ihnen gesendet. Also, Sie bekommen einen Link, in dem Sie sich die bisher überarbeitete Vorabversion anschauen können. Nachdem Sie diese freigegeben haben, werden wir daraus eine Finalversion erstellen und auf unseren YouTube-Kanal hochladen, nach Absprache auf Ihre Webseite einbauen und einen USB-Stick Ihnen per Post schicken. Und das alles, damit Sie, egal wo Sie sind, Ihren fertigen Imagefilm allen zeigen können.